Die Botschaft hat gehört, auch wenn sie feige sich hinter ihren Fenstern versteckt haben, haben sie uns sehr laut gehört. Und wir werden, wir fragen nochmal, wo sind unsere sieben Genossen, wo sind sie? Wir haben angerufen, sie haben gesagt, sie rufen zurück, sie haben nicht zurückgerufen. Wir sagen ja jetzt nochmal, wir wollen wissen, wo die verschwunden sind, wir wollen wissen, wo sie sind, wir wollen, dass sie freigelassen werden. Sie haben unsere Nummer, wir werden nochmal anrufen und wenn sie keine Auskunft geben, werden wir nochmal kommen. Wir werden so lange kommen, bis sie wieder da sind. Deswegen Freiheit für alle politischen Gefangenen! 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 Solidarität mit PGM!